Die Butterfly-Induktion ist eine klassische Schnellinduktion oder Blitzinduktion, wo auch wieder die Überlastung der Sinne eigentlich stark simuliert wird. Hier dürft ihr jetzt im Gegensatz zur Arm-Pull-Induktion. Arm-Pull-Induktion ist ja so greifen. Bei der Butterfly dürft ihr den normalen Handgriff machen. Es ist auch wieder wichtig, dass hier locker ist. Locker lassen, genau. Es ist nicht ein Punkt, wo ihr drauf schauen müsst, sondern, Achtung, Jürgen, stell dir vor, das ist ein Schmetterling. Du schaust diesem Schmetterling einfach mal nach. Einfach mal nach, genau so. Hier ist er, hier, schau den Schmetterling, hier, hier, genau. Schmetterling, jetzt drehe ich ein bisschen, dass ihr das seht. So, jetzt so was du auch willst. Der Schmetterling, hier, aus, hier, hier. Schmetterling, hier, so. Ich kontrolliere hier, ob ihr locker ist. Schlaf, schlaf, schlaf tiefer, tiefer und tiefer. Eins, zwei, drei und wach. So, jetzt! Könnt' ich jetzt noch... Könnt' ich jetzt noch... ...könnt' ich jetzt noch... ...könnt' ich jetzt noch so...